Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach man, auch wenn ich nahm wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen, ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte, bitte. Wer gab den Befehl? Ich habe keine Frage gesagt, wo ich dich finde, das ist alles, was ich weiß, Mann, das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. So, gleich geht's los. So haben wir ein kleines Schießen, ne? Rechte Maus, also zielen, drücken und die linke zum Schießen. Da haben wir es. Gehen wir mal zielen. Ab Headshot.